So, jetzt zeig ich dir mal wie der Profi das war. Jetzt ist die Hütte hier zu. Gehen wir kurz hier außen lang. Abfahrt! Ui! Der ZCM! Nein! Wieso? Boah Aaron, alter! Weil du bei mir noch nicht da warst. So easy geht das hier. Huh! Run by Run! Huh! Ich hab jetzt ein Auto dieses dämliche Piepen im Ohr. So wie der Trocklet ist! Jo, easy. So, biep 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 biep. Es ist voll nervig. Oh, er weiß nicht richtig. Und dann pack mal die Money aus, ey. Money! Äh, warte mal kurz. Ich mach mal kurz von mir in die Tür ran. Oh, ich sollte mich gleich nicht gerade auf die Lehne von meinem Stuhl setzen. Sondern daneben auf. So, und nochmal. So, wir können direkt wieder vorne warten. Davon müssen wir die Bullen direkt ums Elk. Warte mal, kommt nicht einfach gelegentlich mal einer von hinten? Ja, genau der. Ja. Okay. Jo, Abfahrt. Das ist frech. Muss man überlegen, ey. Bist in so nem scheiß Kaufhaus dran? Weil mir kommen vier Leute schwer mit unseren MGs hier rein. Und schreddern alles übern Haufen. Und dann nicht nur irgendwelche mit so nem langen schwarzen Bart, ey. Die dann noch Alawakbar rufen. Sondern mit ner fetten Kampfpfeiste, ey. So ist für Munition. Und dann stürmen sie ins Wahllokal. So. Front halten hier. Ich mach den Code neu. Ja, ich schau wieder nach, ob ein Klocker kommt. Wenn ja, ist er. War's ein Klocker. Ja. Tschüss. Nein, ich hab verfehlt. Was ein Lapp, ey. Kleine Drecksau. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nur kein Bock auf den drauf zu rennen. Obwohl Doser. Wo? Vorne. Kein Doser mehr. Oder doch immer noch aber. So. Jetzt kommen vermutlich gleich wir 10.000 Kloge hier rausgeschissen. Alter, richte ich gleich mit der Armee. Okay. Hoffentlich hast du dein LPG ready. Da vorne haben wir einen. Hab ihn. Hab einen. Okay. Oh shit. Backdose auf. Backdose erledigt. So. Jetzt müssen wir noch nach vorne wieder. Achtung. Pass auf links, ne. Die Armee. Ich halte ein bisschen den Weg frei. Okay. Nee. Ich muss erstmal nachladen. Jo. Verzieh mich. nicht. Ich wollte mal kurz nen Klucker aus. Der Weg ist halbwegs frei. Jan. Hier. Fang. Jo. Und ab dafür. Oh. Achtung. Schilde. Ich hab keine Muni grad. Das ist schlecht. Ich kreie mich mal kurz hinter Muni. Hab ein Schild. Oh, erstmal Muni. Ja, ein Schilder Becker. So. Weg mit dich. Oh. Lol. Countercloak. Hey, nicht in der Wand verstecken. Das ist gut. Hey. Ich seh's einfach nur, wie er vorbei rennt und klickt wieder oben. Das ist ein Kloker. Das ist ein Kloker. Hab ihn nicht. Der ist vorne. Hm. Du musst nachladen. Da ist er. Hab ihn nicht. Geisel. Mit Schussweste. Jo. Wenn dir. Und noch ne Geisel. Also. Hier ist irgendwo noch ein Klokom rumrennen. Hä? Äh. Ist jetzt grad schlecht, weil ich Aufnehmer. Ah. Easy. Oh, Leute, wir haben's geschafft. Nice. Halt. Ja. Super. Jetzt ist auch noch der Kleine von meiner Freundin hier im Zimmer. Uhu. Cool. Oh, ich repariere. Gut. Und. Und ich versuche dich zu decken. Jo. Na, dürfte ja nicht lange dauern. Problem ist halt, dass es ein Spiel, das nicht unbedingt für meine Jährige ist. Außer nämlich, wie gesagt, nehm ich Kaffee-Youtuber auf. Also. Jo. Oh. Oha. There, whoo. Huhuhu. Ich dachte direkt von, for the phrase, ey. Huhu. Huui. Super, voll in die Aufnahmereien. Uhu. Achtung, hier von, ist noch ein Klokom. ne doch ne ich hab mich verguckt und normaler boy ne hast schon recht da vorne steht ein Club aber der ist noch weit genug weg ah gut er steht nämlich genau irgendwo da hinten bei den Massen aber ich denke noch meinen krieg ihn nicht alter weil ich immer nachleiten muss wenn ich ihn seh ich muss auch gerade lesen ich muss auch gerade nachladen hinter uns ey ich repare mal kurz ne brauchst du nicht er hat sich für selbst repariert wusste ich nämlich, easy oh da ist er, da ist er, da ist er wow ich kann ihn nicht markieren, ne der kommt hier vorne gleich bei Pepe rein jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr und einfach Insta wieder voll heilen hab ihn Achtung Cloaker huuuh na ist er, halt ihn geh mal reparieren geh mal reparieren toll da waren wir gerade dran und halt dass das Ding sich wieder selbst repariert so Alter, man muss so heftig aufpassen hier oh jetzt gibt's richtiges Massengeröte oh jetzt gibt's richtiges Massengeröte jo Cloaker, ich hab'n Cloaker gesehen hab ihn gut, weil ich hatte nämlich nur einen Schuss noch im Magazin, das muss ich wieder nachladen ja dann nimm dir was ach so ich renne einfach mal da vorne durch und wir kommen ja wieder oh dozer oh schon nach Hamburg, und n Cloaker wo da war auch n Cloaker bei oh gut sind jetzt auch vaporisiert aber schon nach Kambodscha ey die ganze Bande ich hör schon wieder n Cloaker hier, hier, hier hab ihn ok, 40 Sekunden noch oh lol, was kommt hier alles rein da wird hier durchgerattert fuhl mit der Kaffee oh shuuu Gott sei Dank war Gott sei Dank ist da neben einer Durchgang, sonst das war knapp Pepe das war knapp Pepe die Snapper können wir für ihn umrattern nee, nee, der war in grad ein Cloaker und der hat nur Millimeter verspielt er wird nur Millimeter die sind drin, Alter komm mal mit, falls ein Cloaker drin ist ich weiß es nicht eigentlich nicht safety first, ey wir sind's geht ein Sack jo ist nix drin gut, dann nimm dir mal ne Tausche und ab dafür abfahrt jetzt schön aufpassen ich bräch' nur noch mal Muni ich setz mal kurz hier was nimm dir auch noch mal Medic ja, nimm ich gleich so, okay, dann mal dann gehen wir jetzt vorne lang nimm mal nochmal kurz Muni Alter, ich du dummer Arsch gefurrt man, stirb Hilfe! ich hab ihn nicht gekriegt ich schon okay, wir sollen mitkommen dann gehen wir mal wir folgen ihm du kannst ja eine Tausche wegwerfen na, wir brauchen nur 2 nimm ich draufsimmel hey, wo will er denn hin? wo will er denn hin? oh man Cloaker oh, Alter schwind den Bloentopf hast du alles gradiert gut gemacht hier sind Cloaker auch hier ums Eck oh bei dem einen Bloentopf fahrern nämlich auch n' Binks nämlich auch n' Cloaker ok einer drin hu 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 ich hör' den Snapp und noch raus oh alle mal in Deckung jaaaa nice yes ha 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 Junge, Junge, Junge hat das gelang nice Easy würde ich mal sagen, gar kein Ding für den King. Easy, nach zwei Stunden Vorbereitung und Versuch. Du, zwei Stunden, Alter. Wir haben ja schon eine Stunde gebraucht, die der Typ connecten konnte. Wegen seiner verkackten Mod. Egal. GG, ey. Ja, GG. Keine Downs of Death für Schlenkung. In so einer verkackten Mission vor allen Dingen, ey. Ja, wo es quasi vorprogrammiert ist, dass Cloaker an und in Massen kommen. Oh, da kriegst du auch noch einen Drill. Wow. Wenn du den nicht willst, nehme ich ihn gerne. Ein Wolf, du. Mann hat es euch den verfängt. So, gut, dann würde ich mal sagen, was das für heute. Jo, bei mir auch. Jo, bis zum nächsten Mal, euer Don Franke. Ciao.